Die Braulie sind irgendwie zauber wie die anderen. Die Schwarzen, die zucken nur umher, aber die kannst du hier. Du kannst einen nehmen wie die anderen. Die marschieren ab und setzen sich hier ins Genick, unter das T-Shirt. Und der Fiepst auch hier. Manche, die Fiepst auch hier. Die sind ganz breich. Die Kleinen auch. Wenn du erstmal zahmkriegst hier. Na komm hoch, komm. Lass den Maschinen da hoch. Wenn du auch loskommst. Na ja, prima. Und komm, hier. Ja, da ist ja deine Beschäftigung. Ach was meinst du? Du brauchst keinen Fernseher. Aber die Kleinen beobachtest. Die hüpfen manchmal drinnen umher. Da haben sie Füße und Rallern abends. Mittag schon, du liegst alle auf dem Hafen und schlafen. Und da hüpfen die umher. Und die Kleinen, die Jungs, die fangen an und die beißen sich auch machen. Ist immer schön hier rein. Ach herrje, jetzt verstecken sie sich. Die kannst du den ganzen Tag in den Augen lassen. Passiert überhaupt nichts. Die machen nichts, die hauen nicht ab. Die kannst du auf der Studie, die gehen nicht runter. Die darfst du nicht auf den Fußboden, da sind sofort. Oder die Katze kommt. Ja. Ja. Machst du. Ja. Manche fiepsen, manche machen keinen Ton. Mhm. Ach, muss man sehen, wenn die sich gegenseitig putzen. Dann legen sie sich hin. Dann putzen sie ja drauf den Kopf. Dann legen die sich hin und machen sie sich lang und auch. Die vertragen sich, dann liegen sie auf den Haufen. Dann fangen sie wieder an, die Jungs jedenfalls. Dann kriegen sie einen Traller und da beißen sie sich. Da haben sie sicher mehr. Vielleicht so eine Spritzflasche hier. Dann haben sie gesagt, ich mache nicht. Ich mache nicht.